Man muss auf jeden Fall hier Ausweise an diese Stelle hier. Und jetzt auf die Schnauze. Na, los. Na, komm. So, wieder heilen. Na, komm. So, weiter ausweißen. Das machen wir auf jeden Fall jetzt. Na, komm. Oh, komm. Oh, komm. Komm, das wird episch. Den letzten Kampf für uns beide. Na. Wird's bald. Oh, yeah. Ausweiße. 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 Na, komm. So. Komm, jetzt. Follow the Ommel. Komm, die Persie ist jetzt. Na, los. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan. Nathan. Ach, komm. Du weißt einfach nicht, wenn man aufgibt, hm? Das ist gut. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Ich will schon immer alles auf einem. Verdammt, die Silbertablette. Serviert mich heute. Alles. Bis rum. Da. Das hab ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Ich denke, Scheiße. Hey, komm. Schaff mir nicht hier raus. Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's nochmal. Es ist zwecklos. Versuch's. Es ist zwecklos. Komm, verdammt. Hör mir zu. Hör mir zu. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sonnen. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nein, es muss einen Weg geben. Du musst hier weg. Das muss ich sagen. Du musst hier weg. Ich komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du's geschafft hast. Nein. Der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Was ist denn? Das ist es. Was machst du? Vertrau mir. Ja, da. Halt den Kopf und... Los jetzt, komm. Los, los. Du bist absolut verrückt, man. Das sagt der Richtige. Hopp. Schau. Das ist unser Ausgang, Nathan. Nein. Weiter. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall hinschwimmen, weil das ist unser Ausgang. Ähm. Gut. Auf jeden Fall. Ein richtig wunderschönes Spiel. Muss man einfach gesagt sein. Dass wir so weit gekommen sind. Ist ja unfassbar. Das freut mich auf jeden Fall sehr für alle die, die jetzt noch mit dabei geblieben sind. Und dann gucken wir bald mal weiter, ob es in andere Projekte dann weitergehen wird. Auf jeden Fall. Weil wir dann weitermachen in andere Projekte. Auf jeden Fall freu ich mich, dass ich an Zartel 4 mit euch DOS gespielt habe. Ach, du Scheiße. Oh, Nate. Nate. Hey. Komm, nimm dich hier. Bist du okay? Hey. Hey, Sully. Hey, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Bist du aber. Boah. Und? Hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Ja, soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen, ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab. Und hier lässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors eine ganze Zeit. Hey, hey, hey. Was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magie-Phase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig. Der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war... du warst ziemlich gut. Hör zu, Sam. Es war... ...interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht da. Das ist nett, aber... Nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last... Darum geht's nicht. Das bist du nicht. Darum geht's nicht. Also, ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal, wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende verstehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Aber manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, äh... Unser Taxi ist da. Ja. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und? Victor? Was steht jetzt an? Hm? Also, bevor ich hier reingezogen wurde, hab ich an einer Art, äh, Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh, mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Keiner Portugiesisch? Quando o seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das geniegt. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, oder? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... ...beide Seiten zufriedenstellen. Na, das... Das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh, du. Was? Komm, schon ernsthaft. Oh, doch ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann. Hey. Morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... ...letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay. Perfekt. Euer Ernst? Nee. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du... Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja. Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Oh nein, nein. Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Ach. Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die waren meiner Jackentasche. Ach. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an wirft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner superteuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder. Wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Meine Augenkoordination ist viel besser. Ich könnte. Echt. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas vorgegeben. Auf einer Skala 3 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. 11. Okay, denn. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Ey geil, dass ich mir das Spiel wieder spielen dürfe. Ah. Mal gucken, wie gut wir geworden sind. Und hopp. Vielleicht packt mir sogar wieder ihr Rekord. Na, komm. Yeah. Komm, komm. Weiter nach vorne. Weiter. So ist gut. Ja, komm. Das packen wir. Komm, komm. Ich mach schon weiter. Ist mir leider runtergefallen. Nochmal versuchen. Okay, komm. Das packen wir. Genau. Komm, weiter nach vorne. Weiter. Oh je. Wieder runtergefallen. Den allerletzten Versuch. So, wie. Falk richtig weit nach hinten. Auf jeden Fall bin ich gut unterwegs. Ja. Na, komm. Na, los. Ja. Na, los. Sauber. Hey, sehr schön. Hm, runtergefallen. Leute, haben mir den Rekord von ihr immer noch nicht so anderthalbweise gepackt. Kann mir auch, glaube ich, nicht packen. Könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob man das packen kann, ihr Rekord. Wo bleiben die? Wo sind wir denn jetzt hier? Genau, wie ich schon angesprochen habe, das ist wahrscheinlich Nave, seine Tochter. Das Haus sieht aber auf jeden Fall von die Beide richtig unaufgeräumt. Na, wohin? So, das war ihr Zimmer. Gehen wir nochmal kurz da rein. Das ist ihr Badezimmer an Seins. So wie es aussieht. Ein so ein Flachbildfernseher. Und das sieht genauso unaufgeräumt wie die Resti-Wohnung. Was haben wir da? Sieht aus wie Avatar. Was für ein Post-Denken da. Hm, bestimmt von Irgo so ein Spiel. Was sagt ihr? Natürlich. Okay, gehen wir nach vorne. Na bitte. Auf jeden Fall, schöne Küsse. Oh cool. Sam und Sally kommen zu Besuch. Ah, schönes Bild. Was haben wir hier? Cool. Hier geht es eigentlich von die Unordnung. Halt die Unordnung. Aber sieht auch nicht gerade sehr viel besser aus. Wenn man ehrlich ist. Und so wie es aussieht, haben die wohl ein Haus am Meer gekauft. Ah, ein perfekter Tag. Jetzt wird nur noch der Rest unserer Crew. Okay, auf jeden Fall da zu leben ist. Auf jeden Fall, also direkt so am Meer. Hm, auf jeden Fall toll. Wenn man ein schönes Haus hat. Ähm. Mit gutes Internet am besten. Was ich bestimmt habe. Ich denke, wenn man so einen Fernseher habe, die auch bestimmt. Gutes Internet. Und was haben wir hier? Nein, niemand. Die heißt sogar Vicky. Da kommen wir leider nicht drauf. Sade. Okay. Gehen wir hier mal runter. Und das Wasser können wir auch ein Stück so hin. Okay, da haben wir aber noch ein Haus. Oder was haben wir da hinter? Äh. Mal hinterher rumgehe. Okay. Ich will nochmal auf die andere Seite gucke von die Insel. Ob dafür doch nur irgendetwas war. Gehen wir hier rum. Okay, da haben wir ein Tor. Oder sie sind einfach zu Fuß unter. Bestimmt. Okay. Dann versuche ich mir erstmal auf die andere Seite zu gehen. Also bei das andere Haus. Und mal gucke, was ich da so finde. So, da wäre wir. Ich habe hier sogar zwei Häuser, warum auch immer. Was handelt sich so ein Büro. Das hier sieht schon mal etwas aufgeräumter aus. Kann ja sein. Was haben wir hier? Ein paar Bilder. Vielleicht fände ich mir sogar Hinweise auf den neuen Teil. Aber das hier könnte er so hinweisen auf das auf den neuen Teil. Ja, für mich so wie ein kleiner Hinweis. Also von das Bild her. Okay. Cooles Foto. Ich habe sehr viel Tauchausrüstung. Das ist glaube ich so ein Manga, was Ellie bei The Last of Us immer gesammelt hat. Ja, das Auto steht ja auch hier. Boah, das freut. Also vom Anfang von diesem Spiel. Geile Erinnerung. Die andere Sache kennen sie jetzt nicht, sind wahrscheinlich von anderen Spielen von Anzartet. Zum Beispiel der erste Teil oder der zweite Teil habe ich leider noch nie gespielt. Da haben wir eine Münze. Jo, frage mich auch. Was haben wir hier? Hm. Ich habe dann ein Buch. anno. Ah ok können wir also alles mal lesen. Ja, das hat der. Ist schon lange vor der Zeit gewesen. Oh. Das Foto kennen wir ja. Lesen. Was haben wir da? Was ist das? Was zur Hölle? Oh scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Äh, ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werd dann gleich nachkommen. Wieso? Äh, ich muss nur, ähm... Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sally. Mit nem Haufen spanisch aussehender Schätzer. Und einem Gewehr. Ja. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ihr am wahrsten Sinne des Wortes leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nichts? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es ihr? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug. Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing es an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anregt. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, eigentlich schon. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Weißt du was? Die Sonne scheint. Das Boot ist bereit. Der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War der eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tag. Und eine Karte von Eldoran. Der Staat aus Gold? Das ist die Legende. Es war nur eine Statue. Und sie war verflucht. Krass. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel spät. Also, die Karte führt uns mit in den Tränen des Sonnens. Der Wind ist bereit. so das war ein start und vier hier melde ich mich nochmal für dieses projekt jetzt das allerletzte mal war ein sehr tolles spiel und alle die bis hierhin mitgeguckt habe wünsche ich bedanke ich mich schon mal dass ich bis dahin durst gehalten habe um dieses geile spiel mit mir gemeinsam durch spiele und jetzt können wir noch auf geilere projekte starten und da unsere site hin verlege auf neue geile projekt projekte aber erst spiele wir sehr hat eine prinzess hd dos wie gesagt habe schon angefangen teilweise mit bei part 15 und da will ich weitermachen ich denke mal mit das anfangen wir spielen part 30 nämlich 30 40 50 60 auch das gespielt habe und dann hoffen wir mal und dann können wir das neue sehr spiel für die video machen sobald mit das spiel das gespielt habe für die wie kümmert dann dass er das video machen wenn man selber der prinzess erst mal fertig habe dann kommt es das dem video daran und ja auf jeden fall mir war die letzte info darüber sage ich mal sehe uns bei zelda daylight princess hd wieder und bei haut rein so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020